Jango Fett ist mit Sicherheit einer der legendärsten Kopfgeldjäger aus dem Star Wars Universum. Als Jango von Count Dooku für die genetische Vorlage von Millionen von Klonkriegern gewählt wurde, erlangte er immer wie mehr Respekt von Count Dooku, weshalb es ihm schlussendlich auch erlaubt wurde, einen Klon ohne die genetisch bedingte Wachstumsbeschleunigung zu erzeugen. Dieser Klon trug den Namen Boba Fett und ist mit Sicherheit genauso legendär wie Jango Fett. Als Jango Fett in Episode 2 von Mace Windu enthauptet wurde, wussten wir lediglich, dass Boba Fett in The Clone Wars und Episode 5 sowie 6 wieder auftaucht. In diesem Video werdet ihr deswegen erfahren, was Count Dooku mit Boba Fett nach Jango Fetts Tod machte. Nach Jango's Tod begab sich Boba Fett unverzüglich in die Slave 1 und machte sich auf den Weg nach Kamino. Auf Kamino fand Boba eine Art Guide, den Jango hinterlassen hatte. In diesem Guide waren einige Überlebenstipps aufgelistet, sowie eine Person, welche Boba kontaktieren sollte. Bei der Person handelte es sich um Count Dooku. Aber auch Count Dooku war sehr besorgt, weil Boba Fett als eine der wenigen Personen wusste, dass Count Dooku den Sith-Namen Darth Tyranus trägt. Mit diesem Namen wollte Dooku den Jedi-Orden täuschen. Schlussendlich beauftragte Dooku einen Kopfgeldjäger, der Boba Fett zu ihm bringen sollte. Bereits einige Tage später wurde Boba Fett von dem Kopfgeldjäger gefangen genommen und nach Rexus Prime gebracht. Diesen Planeten kennen einige wohl noch aus Star Wars The Force Unleash 1 und dort hielt sich Count Dooku sehr oft auf. Boba traf sich schlussendlich mit Dooku und besprach so einiges. Dooku wollte Boba davon überzeugen, für ihn als Kopfgeldjäger zu arbeiten. Boba nahm das Angebot an und übernachtete auf Rexus Prime in einer Mine. Boba hatte von Count Dooku die strikte Anweisung erhalten, nicht sein Zimmer zu verlassen, doch bereits in dieser Nacht erkundete Boba diese Mine und sprach mit einigen Minenarbeiter. Daraufhin erfuhr er, dass Count Dooku auf Rexus Prime ein Sith-Artefakt finden will, um eine Waffe gegen die Republik zu konstruieren. Als sich Boba Fett zurück auf sein Zimmer begeben wollte, wurde er von einer Wache gefasst. Diese brachte ihn zu Count Dooku und dieser wiederum war sich bewusst, dass Boba Fett viel zu viel wusste. Als Boba Fett schließlich exekutiert werden sollte, griff an Jedi-Meister mit seiner Legion die Mine auf Rexus Prime an. Dadurch gelang es Boba Fett zu fliehen, bis er von den Klonkriegern gefasst wurde. Schließlich gelang es ihm auch, sich aus den Fängen der Republik zu befreien und zu fliehen. Später traf sich Boba mit der Kopfgeldjägerin Aura Sing, um das Vermächtnis seines Vaters fortzuführen. Doch Dooku gab so leicht nicht auf. Er setzte den Kopfgeldjäger Dirge, welchen ihr wahrscheinlich aus der Zeichentrick-Serie Clone Wars kennt, auf Boba an. Boba gelang es Dirge zu entkommen, doch Dooku versuchte ihn bis zu seinem Tod zu fassen. Das Geheimnis, dass Count Dooku darf Tyrannis ist, erzählte Boba Fett nur zwei Personen. Einem Mitglied der Handelsföderation, welcher jedoch getötet wurde, bevor er das Geheimnis an die Öffentlichkeit bringen konnte, und Kanzler Palpatine. Nachdem Boba Mace Windu töten wollte, wurde er von der Republik gefasst. Kanzler Palpatine hielt infolgedessen im Privaten ein langes Gespräch mit ihm ab. Dabei verriet Boba ihm, dass Count Dooku in Wahrheit darf Tyrannis ist. Palpatine sagte daraufhin nur, dass er das bereits weiß. Er gab Boba ebenfalls ein Artefakt, mit welchem er ihn finden konnte, und sagte ihm, dass er seine Dienste als Kopfgeldjäger schon sehr bald benötigen wird. Aber das war's genau schon mit diesem Video. Wenn ihr jetzt noch erfahren wollt, warum Yves Koff aus dem Jedi-Rat verbannt wurde, und wie er die Order 66 überlebte, dann könnt ihr hier links klicken. Oder wenn ihr erfahren wollt, wie Count Dooku die Order 66 sah, dann könnt ihr natürlich auch hier rechts klicken. Und in diesem Sinne sehen wir uns wie immer im nächsten Video.